Ich hab nicht mal einen Drax gemacht, aber eyy Du hast den Schwitzer gemacht? Oh, ich hab doch gesagt, mach den Bogen weg Das ist eigentlich gar keine Schwitzer, das kann man für, äh, äh, äh Nahkampf auch Ne, ne, das ist nicht Nahkampf, das ist Achsen, das ist ne Achs Das ist, äh, für Bäume ist das gedacht Noch Guck wie schnell Willst du das jetzt bitte? Kannst du den Baum bitte wieder dahin stellen? Nee, geht nicht, das geht wirklich nicht Neeeeee Ich hab auch den Hasen runterfallen sehen, aber es ist mir egal So, also, wir haben noch genug Hollowed Barst Er lebt! Er ist vorbei! Ich würd mir gerne das Excalibur machen Nein, Spaß will ich nicht, Brautburg nützt mir überhaupt nichts Ja, okay, doch nützt mir was, aber egal Ja, also, äh, dann mach ich jetzt deine Rüstung, ne? Oder? Da mach ich jetzt die Rüstung, oder? Ja Sind, warte Sind, warte 18 24 18, Sven 18 plus 24 Schnell 42 42 42 42 plus 12 Was weiß ich 54 54 Okay, passt Können wir dir eine Rüstung schonmal machen Deine Magierüstung Was ist doch das, ne? Okay Kriegst du nochmal 100 Mana plus sogar durch die Rüstung Und? Ich weiß nicht, was hat das für nen Z-Bonus? Und? Ich weiß nicht, was hat das für nen Z-Bonus? Öh, Z-Bonus 20% Reduzierte Mana Nutzung Was? Was? Bitte? Nochmal 20% weniger Mana Kasten Oh, das ist natürlich nice Alter, wie du, wie du, wie du flackerst Du flackerst ja richtig Oh, ey, dann Och, die Lichtscheibe ist geil, Alter Die macht 65 Nahkampfschaden, Alter Ist sehr schnell, sehr starker Rückstoß Ich würd die gerne haben, Alter Kann ich die mir machen? Ne Die macht nur vier Hollowed Bars Drei Seelen des Lichts Dann erst recht Und Seele, der macht fünf Stück Komm, Alter Ey, jetzt hast du die Rüstung Ja, trotzdem Och, trotzdem Ich bin Sven Ich mach die Mails Und gemacht Ne Boah, auch Ruhe so Du Wichser, ich hab sie nicht gemacht Ich geh jetzt in die gelbe Gruppe Gut, blau ist dann nicht eh cooler als du Ne, ne, grün ist cooler, ich geh in grüne Gruppe Was ist los? Nix Ach, da kommt er wieder Da bin ich wieder Ja, kann ich mir das denn jetzt machen oder nicht? Ne, 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 ne Er finde ich jetzt voll schlimm, Alter Gut, dann mach ich nicht Ich geh in die Spitzhacke Ah, fick dich, ich geh jetzt Ja, richtig, dann mach du mir diese Scheibe Ach so Aha Verpisst dich, was kommst du mir hinterher? Ach so Oh, da kann ich nicht fliegen Ja, ich kann fliegen Ja, oh, ich kann fliegen Ja, kannst du fliegen? Nein Na, also Ich hab' nen Einhorn, alter Bitch und ich kann keinen fall schaden nehmen kann sowohl kannst du wohl dann bist du gerade auf dem rückweg noch mal könntest du vielleicht spielanka potions mitnehmen ich hab welche und dann nimm eine warmhole potion ja genau dann muss ich zurücklaufen ja ey ganz ehrlich spiegel wie wärs mit dem spiegel lass den werwolf zurücklaufen lass mich auch oh fuck und mein in den items oder oder in der kiste wichtig mein metalldetektor was macht die da? was geht mit der nurse da? was macht die nurse? wen greift die an? den zauberer? ich bin doch schon da lass alles drinnen was tut die? was hat die? was hat die verstanden? oh leih jetzt hat die aufgehört doch alter die hat ganze geworfen so dinge ich hab sie in der aufnahme so hast du dir den ganz rausgeholt? nein ich hab sie nicht gefunden äh items so metalldetektor haben wir hier nimm mal so ähm und was brauchte ich noch was hab ich dir noch gesagt spielanka hast du die? nein lauf werwolf lauf ich weiß ich krieg dich lauf du kannst mich nicht es geht ja noch hin lauf werwolf lauf oh nein ich bin hängen geblieben die kriegen das verspreche ich euch auch fuck hängen geblieben ach komm schon blob flugschleim seit wann gibt es denn sowas? warte warte wo geh ich denn eigentlich hin? was ist jetzt der plan? ah ja klo kriegt man den nur im jungle? weiß ich nicht wow weiß ich wirklich nicht ich meine schon also ich hab bis jetzt nur im jungle welchen gefunden als ich im untergrund war höh ich hab dich überholt? oh schildkritte wie hab ich dich denn bitte überholt? ich hab mich vor dir versteckt oh leih ja schildkritte das kassierte ne? maladium detektet nearby ok da müssen wir jetzt drauf achten oh das sind diese scheiß springviecher ok ich brauch die spielanka portion sonst man ist nicht da es ist unglaublich machen wir eben hier alles auf den kopf verpiss dich junge diese monster hier ne? was wollt ihr alter? ich kill euch alle armen in der köp was ist denn das für ein Vieh Giftschlamm hab ich aber gar nicht gesehen? ich denke mal es getropped so dann schmeiß mal rüber du hast du die selber genommen? nein ich hab nur einen? möglicherweise? mittlerweile? du wix hast einen genommen? egal mach nix ich weiß nicht mal hier ist Chlorophyte ja da ist es doch und weiter dahinter ist auch noch echt? einzelne ja was ist denn das da unten? das ist vereinzelte Chlorophyte das ist ein einzelnes Ding ja holen würd ich sagen alter die sind hier überall vereinzelt ja 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 das da unten ja moment mal warte hier rechts ja warte hol dir das da unten ich grab schon mal in die Richter okay den Drax kann das eh nicht passieren so jetzt hab ich den Baum abgebaut aber schon nein nein einfach nein alles nehmen was wir kriegen meine Freunde was ist denn hier los? macht mega damage Alter ey ganz ehrlich ich hab gerade kurz vergessen dass du auch eine Spelanka Porsche genommen hast ne? und da dachte ich mir so wer weiß der eigentlich wo wir langen müssen denk mir hä? und letztes mal da war auf NTV so vor zwei Tagen da hab ich äh halt so halt NTV geguckt und ähm ist das Chlorophyte? oh und da war halt so ähm ne Pressekonferenz die live war so von so Politikern zu äh diesen belgischen Terroranschlägen und so weißt du weißt du meine Drohe guck mal da ist Chlorophyllis in einem Kreuz jaja hab ich gesehen Jesus Christ oh man ist hier gar nichts äh nochmal ich muss mal kurz hier dann weiter unten noch ne ja aber hier oben links sind auch noch was oh 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 Alter wie schnell das geht in dem Teil hier oben ist ja auch freund das ist irgendwie... krass, ich meine, so ein riesen Vorkommen oh fuck äh, wo bist du gerade? bei dir ist da oben bei dir was? ja, ich hab da schon hingebuddelt dann komm ich jetzt hier ist noch mehr ähm, da oben müsstest du's sehen da musst du... mach mal, nimm ne Fackeln hin ich würd gern so ne Leucht-Potion, Alter, ohne Witz das Shining Potion? ja wo du selber leuchtest, oder was? ja ja so, ihr hattet euch auch welche wenn du willst, kannst zurückgehen und dann, äh, schnell kommen wieder mit ner warmen Haul-Potion da sind wir in der Hollow da sind wir in der Hollow da, da oben links da, da oben links oh, ne das ist es nicht wo? da ist ein Baum und da so ein leuchtener Baum ist ja, das ist einfach durch das Blanca-Potion leuchten ja, das ist einfach durch das Blanca-Potion leuchten ach, strange plant, Alter oh, ne da oben hier unten looool wie le... glaub mir, wir brauchen ziemlich viel davon das ist gar nicht so... loll lol LOL Wie viel der ist? Ist da was richtig viel? Ja! Komme Daher kommen wir doch weiter runter Wo bist du denn hinlang gegangen? Nein ist gleich vorbei Also Hast du noch einen? Ich sehe ihn Wieso sagst du mir das nicht? Ich verließe ihn nicht einfach Ok ich brauche einen, ich sehe nichts mehr Wo bist du? Und wie bist du da hingekommen? Wir fackeln die an und locken die Gänge lachen Welche Gänge? AHHHHH Wir haben hier welche Gänge Hier der Gang Ja sorry, jetzt gib mir eine Spelanka Potion Ja als ob ich hier Krösus bin Fuck off Junge Jetzt gib mir die Spelanka Potion Ja gib sie mir auch Am Arsch Du sagst mir nicht wo sie dann geht Ja du mir aber auch nicht Ja Hab ich das getan? Ja Nein! Ja Oho Das war ein Gefallen Das war ein Gefallen Weißt du was? Das ist ein Gefallen gewesen man Was? Man bittet Leute Ja gut Verwendest du halt die Spelanka Potion Mach doch Ja mach doch Komm Ja 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 Kannst du dir selber schieben Ja ja Kannst du dir selber schieben Ja 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 schieb sie dir selber zu Mann Ich komm nicht Junge ja schieb sie dir in den Arsch Kommt Ja genau Ja genau Magst du ne? Du kleiner Bengel du Ja 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 Wusste ich so pervers denken So Von meinen 30 Spelanka Potions Sind nicht Was? 30? Ja Hamma Du hast niemals 30 alter Hab ich auch nicht 30 gesagt Ich hab 3 gesagt Achso ich hab 3 gesagt Sorry ja Kann man mal Man kann ja mal falsch verstehen Ne 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 geht sowas nicht bei dir Erlaubt man das Ne geht doch nicht Nein Darf man nicht Ne Vor allem du nicht Darf man nicht? Ne Fuck Penner Du ist ja Penner Du bist nochmal Ich guck dich um an Ja Und jetzt? Ja ja Guck dich um an Ja Hab ich jetzt Nur Penner kleiden sich so Und du bist einer Genau Haha Genau Schön dass du mir zustimmst Was? Hab du nicht zugehört? Ohne diesen Leuten hör ich ungern zu Was? Sagst du mir zugehört? Oh das Schmerzen in Ordnung Oh Gott Alter Scheiße Alter Vater Ah dieser Schmerz Ah dieser Schmerz Ähm Ach Vater Scheiße Ach du Heilige D completa Doppelk Häusper Doppelk 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 Dottelk